Das ist falsch betont von mir. Meine Damen und Herren, wir bitten nun um Ihre volle Aufmerksamkeit für die folgenden reizenden Varianten. Die erste Variante zeigt Ihnen die nordische Haube. Wird sehr zu empfehlen für die kalte Jahreszeit, für Schneewanderungen und lange Schlittenfahrten. Und Applaus für Carolin Schiffer. Die Telefonnummern von den Mädchen gibt es später bei mir abzuholen. Genau, genau. Mario, Mario, Mario. Da können Sie die Haube auch für besonders festliche Angelegenheiten elegant tragen. Mit der bezahlten Schultern zu wärmen, legen Sie dieses Teil als Schultertuch oder Stola um. Der Benscher ganz wuschig. Vielen Dank an dieser Bund. Sollte dies eines Tages nicht mehr in sein, ist es als wichtiges Potenzial, bei einem festlichen Mittagessen nicht mehr wegzudenken. Zumal es auch noch bei 95 Grad voll waschbar ist. Nun aufgepasst. Was in der kalten Jahreszeit sehr ernst zu leben ist, sind Erkältungen und Schlucken, sowie starke Halsschmerzen. Gegen dieses Übel verwenden Sie unser bodisches Stück als dicken Schal. Und wenn wir schon beim medizinischen Nutzen sind, möchte ich Ihnen diesen wahren Nierenschützer vorstellen. Es gibt viele Anlässe, wo man dieses Kleidungsstück tragen kann. Diese nun folgende Variante ist besonders als Abendgarderobe gedacht. Als modisches Outfit. Ein freches Bolero-Yang-Ching. Holla, holla. Wenn es gefällt, ruhig mal klatschen. Nach einem Theaterbesuch dürfen Sie diesen Bolero auf keinen Fall im Restaurant abgeben. Sondern Sie können ihn direkt der Kellnerin als Service-Scherze umbinden. Besonders zu beachten ist der praktisch einverarbeitende Trinkgeld-Eingriff. Auch Euro-Technik nannt. Auch als Outdoor-Kleidungsstück ist unser Modell gefragt. Als Schutz vor Sandstürmen. Oder wenn Sie in ferne Länder reisen, in denen sich die Frauen verschleiern müssen. Mit uns kriegen Sie genau richtig. Bin ich ja. Als Höhepunkt des Abends haben wir weder Kosten noch Müll gescheut und noch ein weiteres Topmodel engagiert. Begrüßen Sie nun das neue Calvin Klein-Model Blues. Ich will ein Kind von dir. Blues ist auf allen Catwalks von Paris über Mailand bis New York unterwegs. Er hat es sich aber nicht nehmen lassen, uns heute Abend zu zeigen, was er den Laufstegen der internationalen Modefühne zur Zeit der absolute Toptrend-Designer ist. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, man kann unser Bekleidungsunter auch als Hose tragen. Wenn Sie nun auch ganz wild auf unser super Allzweck-Bekleidungsstück sind, dann können Sie bei unseren Models von Coco und Chanel sowie bei Bruce ihre Bestellungen aufgeben. Geh, Bruce!